Bringt eure Männer jetzt zum Evakuierungspunkt, Sergeant. Sir, ja, Sir. Na schön, ihr faulen Sharks. Wir wollen den General doch nicht aufhalten, oder? Reißt euch zusammen und trumpelt los, als hättet ihr ein Ziel vor Augen. Vorwärts! Eckwächsen, sie dürfen unsere Position nicht verraten. Es war erstaunlich, Sir. Wir haben es noch nicht geschafft. Eckwächsen, sie dürfen unsere Position nicht verraten. Wenn das die Besten der Druidenarmee sind, ist es kein Wunder, dass General Grievous so grießgrämig ist. Was? B Southeast? Building Stil. B Gonzalez! B lugares sind kastigen. Soo? B Grenier? Wow! Schuss! Dieses Power-Up sammeln, um sofort Machtstöße auszuführen. Keine Zeit zum Verschnauzen. Wir müssen weiter. Dort drüben! Wir werden angegriffen! Das ist Faktik. Das ist Faktik. Droiden von oben, abschießen! Wir müssen unsere Leute auf die Piazza schaffen! Wir müssen unsere Leute auf die Piazza schießen! Wir müssen unsere Leute auf die Piazza schießen! Einen Kram-Droiden übernehmen du kannst, wenn einen Doppelsprung du auf ihn machst und ihn angreifst! Den Droiden drehen du kannst, um deine Angriffe zu zielen! Dich aufbäumen und herunterkrachen du kannst, eine Schockwelle das auslöst! Dich aufbäumen! 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 Wir beschützen euch, General. Ich, äh, ich wollte mich nur für eure Hilfe bedanken. Keine Ursache, Sergeant. Wir lassen keinen unserer Leute zurück. Habt ihr von General Kenobi gehört? Nur als er Human-9 wie geplant erreicht hat, Sir. Die Übertragung war etwas gestört, aber bei den ganzen Asteroidenfeldern ist das nicht ungewöhnlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017